Du hast wieder reingeredet. Ja, ich kann aber vorher schneiden. Das ist ja nicht so ein Problem. Aber das ist so der letztmögliche Punkt, wo man dann halt... Was ist deine Schnauze zu halten? Entspann den mal, aber was ist denn mit dir los? Ich mag Geiselbefreiung nicht. Und damit herzlich willkommen hier bei Rainbow Stick Siege. Diesmal wieder dabei, der Paddy. Jo, hallo. Und auch ein Steve. Ich wurde gebeten, nicht mehr zu sagen, dass es gut ist, ein Steve dabei zu haben. Das ist ja jetzt so gar nicht wahr. Hast du nämlich sogar die Anmoderation gemacht in der letzten Runde? Ja, na natürlich. Geil. Also die haben auch... Ich hab die Drohne auf. 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 Es bleiben fünf Sekunden. So, erstmal die Panzerblatten. Haben wir eigentlich einen Rook? Ja. Ja, ja, ja. Wo sind denn die... Teile? Wenn ihr den AUD einkommt. Hier. Hier. Ah, hier. Kommen sie. Wo? Wo ist hier? Alle fünf markiert. Ich geh nur auf. Dann sind sie neben mir. Ich hab's schon ein Proktor. Sie haben gelernt, Türen zu öffnen. Ich kämpfe jetzt gegen... ...Beluziraptol, ne? Fuck my life. Oh, nice. Erstmal die Geisel angeschossen. War du? Nee, aber der Gegner. Verblutet sie? Nee, leider nicht. Aber über mir ist halt Sledge. Okay. Ich denke mal, der wird hier bald die Hedge. Fisch aufmachen. Alter, der hat hier bei mir was aufgemacht. Äh, da kamen Bretter runtergeflogen. Hier in dem Flur. Oben. Vorsicht, Vorsicht. Recht über die Tür. Ah ja, ich seh's. Ich hätte nur Kontakt... ...granate. In mir. Hacken. Tenser in mir. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Aua! Aua! Fehler wurden gemacht. Nicht jeder Juggernaut ist gleich. Ich hab Familie. Ähm, Penny ist... Willst du mir verarschen? Moment mal. Ich hab da ne fucking Handgranate hingeworfen, Alter. Und da hocken zwei Leute... ...und brüten die jetzt aus wie ein Ei, oder was? Wolltest du sagen, Stevie? Äh, schon gut, hat sich erledigt. Wir hätten eigentlich da seine Weste schön nicht genommen. Da bleibt immer eine übrig fertig. Äh, ich merke das. Eigentlich ist irgendwie immer da. Da, wo ich pingel, steht einer, ja? Also, oder irgendwo, da muss einer stehen. Ja, ich seh, der ist hier direkt vom Eingangsbereich. Der sieht das, wenn man... Ich guck hier in den Flur, neben dir. Äh. Weil hier ist ein Fenster aufgemacht worden. Ich hör nur laufen, das ist Glas, glaub ich. Wer ist denn Mira? Genau neben dir, hinter der Wand, ist einer. Ja? Ja. Okay, naja, da komm ich ja nicht hin. Der direkt Eingangsbereich. Mute ist gleich... Ich kann's halt nicht markieren, so. Aber ich seh die Füße. Lord. Warst du los? Nice. Nein. So, kommt reingerannt. Der kommt doch. Oh, lol. Jetzt musst du reinkommen, aber... Glas ist das auf jeden Fall. Die Geisel verblutet. Fünfzehn Sekunden noch. Bleib da, Paddy, warte ab. Zeit läuft in zehn Sekunden ab. Nice. Was ist denn? Schli, 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 schli. Schau. Schau. Okay, die sind auf jeden Fall nicht an unserem Ort. Das war auch nicht zu treppisch, oder? Ich hör sie. Sind hier oben, sind hier oben, sind hier oben, sind hier oben. Fuck. Steht halt direkt so ein Mute-Teil vor. Ja, schade. Hat er gerade so geschrieben, Alter. Hat er sich selbst in den Fuß geschossen? Nee, Twitch. Nee, wir haben gar keinen Twitch. Okay, die haben sich anscheinend angeschossen. Fünf Sekunden. Larry macht sich hier einen Larry? Uh, kein Spot. Da ist bloß klar noch da. Kannst noch da jemanden langkommt. Oh nein, jedes Mal, wenn ich mit Shift schneller die Wand hochrennen will. Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Ja, ja. Was ist das? Rotes Licht. Was macht das? Es leuchtet rot. Hoch. Wie soll ich den Hammer aus holen? Ich wechsle schnell Magazine. Ja, ist okay, cool. Ich wechsle. Ja. Dann hab ich's ja genau richtig. I'm so one. So, hier müssen sie noch schon kaputt sein, ne? Ich weiß nicht, wo die sind, man. Ach doch, muss, muss. Muss. Die waren wir vorher. Mache den Weg frei. Ja. Wenn ich mich nicht täusche. Ein Stockwerk, hör. Vorsicht wegen Kameras. Ja, Vorsicht wegen direkt über uns. Oh, pass auf. Nein. Das ist so kacke, dass er meine verfickten Füße sehen kann. Sorry. Die hocken da zu dritt oben. Direkt, äh. Oh, einer kommt runtergesprungen. Alter, what the fuck. Springt da einfach runter. Springt da einfach runter. Einfach so. In den Nahkampf. Runtergesprungen. Na, COD, Alter, gell. Ich hasse das immer, weißt du. Ja. Dass, dass, die Sichtlinie, die du hast, die hat ja der Gegner nicht, weißt du. Weil der Gegner, der sieht deine Füße, aber deine Füße können ja nicht den Gegner sehen. Was ist? Ich hätte gern, ich hätte gern einen Operator, der eine Kamera in den Schuhen hat, die nach oben guckt. Ohne Scheiß. Und die, das wird dann unten rechts und unten links angezeigt. So rechter Fuß, linker Fuß. Und dann kannst du den nämlich auch so richtig schön, so richtig schön voll in den Arsch treten. Alter, die, die Optik wird muss geil sein. Oder? Du, da ist nichts auf dem Boden. So wie, so wie ein Boxer, weißt du, wo du deine Kameras an die Handschuhe machst. Komm, hau zwölfmal gegen. Das ist doch jetzt auch. Ach, das ist doch jetzt auch. Es geht. Die Sprengladung ist scharf. Aber ich nicht das Tote lesen, ja. Oh, ja. Da muss jetzt. Oder einer vom eigenen Truss. Das ist auch richtig. Ich hab'n Waden geklaut Die Geisel, die Geisel, die Geisel, die Geisel, die Geisel ist doch selber schuld, wenn es sich immer in so eine komische Situation begibt. Könnte ich immer kotzen, die Geisel, die Geisel, keiner fragt was mit mir ist. Ist doch so, keiner fragt hier, willst du ne Suppe oder so an nen kalten Tag, weißt du? Interessiert einfach keinen. Mensch, ich bin der Kessel. Das ist jetzt nicht dein Ernst hier, dass du hier die Wand zu machst. Oder wart mein Freund. Sorry, ob jemand die hört. Über uns sind sie. Ja, hier, schlagen sie gegen. Wir sind definitiv mehrere davor. Alter! Ey, du kannst mich mal am Schniepel schniepeln! Ganz ehrlich, Alter! Und jedes Mal rotzigt die ne Handgranate direkt in die Fresse und er grinst wie so ein Drecks-Smiley. Was ist das nicht so? Jetzt der verbaut Operator des eigenen Trucks. Ja ja. Ja machst du easy going oder was? Links neben dir. Hä? Was? Wo war der denn jetzt so? Lock. Was möchte ich jetzt sehen? Toll weißt du ganz ehrlich wir hätten noch gewonnen. Hättest du nicht so einen Schwachsinn gemacht haben. Macht ihr nur eure Witze. Ihr werdet schon noch sehen. Oh ich hab sie gefunden. Geh aber fix. Boah das ist am Arsch der Welt alter. Wie soll ich denn da hinkommen? Fette Bahn? Direkt um der Geisel. Oh schade. Schieß auf die Geisel kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Schade. Nicht auf mich schieß man. Ich hab nichts gemacht. 10 Sekunden bis Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Geisel in Sicht. Du wohnen bereit. So Leute ich hab übrigens einen Plan ausgearbeitet für diese Runde. Oh krass. Wir gehen da rein. Mal nicht zu sterben. Und da schießen die. Geil. Mal hier gehen. Mal hier gehen. Ach Castle Teile sind da. Hm. Hier sind Taschentücher. Wenn sie jemanden brauchen. Mal hier. Jackal. Hier Taschentücher. Oh warte. Die nehme ich mit. Ich geh mir jetzt entschleudern. Mach mal. Mach mal. Ich hab nicht umsonst. Ich hab's hier auf. Kann ich da irgendwas. Hier oben schon offen. Ja pass auf. Pass auf. Da steht auch direkt einer. Im hinteren Teil. Da drüben. Ich geh rein. Achtung hier ist ein Killhole. Ich schieß mal kurz da durch. Okay. Hab einen. Der ist down. Tot. Nice, 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 nice. Du schießt Glas. Da liegt doch irgendwo ein C4. Ich weiß nicht von wem das ist. Ja. Man nennt mich Glas. Oder Bone. In deiner Treppe seiner. Oder Glasknochen. Dein Mutti. Jetzt. Magazinwechsel. Ich wechsle schnell Magazine. Ja hier ist halt ein Nitro Handy direkt neben der Tür. Ich hör's halt. Äh neben dem Fenster meine ich. Die Castle ist da vorne. Wo ist die Weeper drauf? Wir müssen hier die kämen. Alter wie. Pfff. Das mit denen. Er macht keine Killzern. Aber er echt ernst genommen macht. Jetzt geht ab. Ja. Okay. Schauen wir uns hin. Schauen wir uns. gut. Ja. Achso. Das ist ein verbleibender Gegner. Du musst zum Ding langsamerigen Gegner nur noch. Na ja. Ich mach mir nur noch einen eigenen Truppen. Alter. Ich weiß gar nicht. Der ist rechts. Der hockt in der Ecke. es bleiben noch 15 sekunden in your face man ich hab gespuckt ich glaube ich habe auch ein bisschen übertönt das passiert halt im eifer des gefechts ok hier ist mute die sind in der küche ich hab mut gefunden ein stopp tiefer geiler spot genau da geradeaus jetzt bloß nicht spotten alter aber wer geiler wenn wir halt das teil finden weil ich habe keine ahnung wenn ich loslaufe wo ich hin muss weiß wie ich mein ist nicht so schlimm ist bei uns genauso aber ich meine ok wir haben zumindest da ein anhaltspunkt ich muss nachladen nachladen du wurdest entdeckt ich hasse diese scheiße wo ist diese hä aber direkt in die mir ist ne kam aber die ist kaputt wo ist denn die nächste ja wurde gerade neben mir zerstört achso da hat sich einer ein kill hole gemacht hinter der bar gloria gloria heißt es ja liebe kinder hier müssen wir teilen es verstärken hier müssen wir teilen es verstärken nicht mit mir mein freund dann kommt sich einer retten keiner wird sich retten ich habe noch elf schuss oh hier ist ne wand das ist was ich meine ich kenne mich gar nicht aus auf der map einer ist verletzt in der küche komm herr blackbeard hilf mir ist glaube ich rock der in der küche verletzt lichter ja blackbeard hör einfach ab lass mich sterben ich bin ja da happy birthday leider auch wenn man sich her lassen kann oh da kam einer raus und da kam noch einer ach komm deine molle hat doch irgendwo am auspuff geschnüffelt nicht darauf schießen nicht darauf schießen ist die geisel Geisel töten macht immer Spaß. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie wir es richtig machen oder wie wir es falsch machen, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Rainbow Six Siege. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.